Okay, ich bin Heike von Hamburg for Assange und ich beziehe mich auf ein Zitat von Jürgen Assange. Zitat Anfang. Jedes Mal, wenn wir Zeuge einer Ungerechtigkeit werden und nicht handeln, trainieren wir unseren Charakter darauf, sehenden Auges passiv zu bleiben. Dadurch verlieren wir möglicherweise jede Fähigkeit, uns selbst und die, die wir lieben, zu verteidigen. In einer modernen Wirtschaft ist es unmöglich, sich gegen Ungerechtigkeit abzuschotten. Wenn wir Verstand oder Mut haben, sind wir gesegnet und aufgerufen, diese Gaben nicht zu vergeuden, indem wir die Ideen anderer passiv bestaunen, Wettbewerbe im Pinkeln gewinnen, die Effizienz des neokooperativen Staates verbessern oder in Obscuranta eintauchen. Besser, wir beweisen die Kraft unserer Talente gegen die stärksten Gegner der Liebe, die wir finden können. Wenn wir nur einmal leben können, dann soll es ein kühnes Abenteuer sein, das all unsere Kräfte in Anspruch nimmt. Ich kürze das Zitat jetzt mal ab. Weiter sagte er, Und Assange schloss mit den Worten, Männer in ihren besten Jahren, wenn sie Überzeugung haben, haben die Aufgabe, nach ihnen zu handeln. Zitat Ende Julian Assange hat nach seinen Überzeugungen gehandelt. Er ist ein Held. Er war davon überzeugt, dass wir Bürger das Recht haben, die Wahrheit zu erfahren, über das, was korrupte Mächtige hinter unserem Rücken verursachen. Er hat gesehen, dass die Wahrheit Kriege beenden kann. Denn jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Mindestens einer Lüge. Und viel anderes Elend auch. Die Lügen der Mächtigen verursachen sehr viel unnötiges Leid. Stellen wir uns einmal vor, wir erhielten wirklich die Informationen darüber. Und wir würden sie darum nicht zulassen. Die Korruption, die Kriege, die sinnlosen Umweltverschmutzungen und, und, und. Wie wohlhabend, gesund und friedlich könnten wir leben. Wir brauchen die Wahrheit. Wenn wir an unserer wöchentlichen Mahnsache für Julian Assange stehen, geht manchmal jemand vorbei, der, wenn er gerade vorbei ist, über die Schulter ruft, er hat selbst schuld, den hat sich mit dem Falschen angelegt. Manchmal renne ich noch hinterher und hake nach. Denn natürlich wusste Julian Assange, mit wem er sich angelegt hat. Aber was denken Menschen, was er hätte tun sollen? Und leider höre ich dann, was wohl die grundsätzliche Lebens- oder auch nur Überlebenspraxis von manchen ist. Unter dem Radar fliegen. Sich mit dem abfinden, was noch geht. Und ansonsten nicht auffallen. Gut, es gibt Zeiten, wo es angebracht ist, im Verborgenen zu bleiben, etwa um Kräfte zu sammeln. Aber man kann das nicht das ganze Leben tun. Wenn wir den Zeitpunkt des Handelns verpassen, wird es einen unter dem Radar eh bald nicht mehr geben. Und was wollen wir unseren Abkommen lassen? Eine Welt zum Funktionieren oder eine Welt zum Leben? Was werden uns die Machthungerigen übrig lassen, wenn wir sie machen lassen? Dass es keine gerechte Welt sein würde, sehen wir ein Beispiel von Julian Assange ganz klar. Ein Mann, der nichts Unrechtes getan hat, der aber einen hervorragenden Job als Journalist und Publizist gemacht hat und uns wichtige Informationen von öffentlichem Interesse bereitgestellt hat. Informationen, von denen die Mächtigen nicht wollen, dass wir sie bekommen. Das ist Journalismus, wie er sein soll. Und dafür wird er seit 13 Jahren seiner Freiheit beraubt, entrechtet und gefoltert. Die Signalwirkung für alle Journalisten in der Welt ist groß. Und berichte nie etwas, was die Mächtigen nicht wollen, dass es das Volk erfährt. Sonst passiert dir etwas. Und das tun die meisten Journalisten auch nicht mehr. Schon gar nicht für Julian Assange. Hier und da mal ein ungefährlicher Artikel als Feigenblatt. Dabei könnten die Medien wirklich Julian zum Thema machen, wenn sie wollten. Wiederholt zum Thema machen. Hallo, warum ist Julian Assange immer noch nicht frei? Das nennt ihr Wertemästen? Wir wollen endlich Rechtsstaatlichkeit und Wiedergutmachung sehen. Denn jede Woche solche Beiträge, das würde Assange sehr wahrscheinlich zur Freiheit verhelfen, weil das Volk verabscheut Ungerechtigkeiten, wenn die Menschen davon erfahren und auf dem Laufenden gehalten werden. Doch auch unsere Medien fliegen schon lange unter dem Radar. Die Welt ist voll von Ungerechtigkeiten, Lügen, Verbrechen. Gute Journalisten könnten maßgeblich daran mitarbeiten, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Sie hätten reichlich zu tun. Könnten sie. Stattdessen erzählen sie uns, was wir über wen zu denken haben. Oder setzen uns komplett unwichtigen Scheiß in den Kopf. Entschuldigt das böse Wort, war bewusst gewählt. Die Journalistenkollegen von Julian Assange in den vielen Redaktionen, die sich nicht für ihren Kollegen Julian Assange einsetzen, sind in Wirklichkeit keine Kollegen. Nun, Journalist ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Berufsbezeichnung, jeder angepasste Schmierfink darf sich so nennen. Und das tun sie auch. Das Journalistikstudium trägt offenbar auch nicht zum unabhängigen Denken und Berichten bei. Investigativ recherchieren, aber nur in Richtung der erklärten Klassenfeinde. Wikileaks steht noch immer zur Verfügung. Doch welche Redaktion bedient sich daraus? Die sogenannten Leitmedien oder Qualitätsmedien, wie sie sich selbst nennen, sind schon lange nicht mehr die vierte Gewalt. Sie sind perfide Instrumente der Mächtigen, zum Teil gehören sie ja auch den Mächtigen, um den Menschen mit stetig wiederholten Fehlinformationen, Auslassungen und geistige Müll, die Gehirne aufzuweichen. Und das merkt man leider bei einigen unserer Mitbürger. Viele angeblich Erwachsene hören brav auf die Medien, was sie zu tun und zu denken haben, um gute Menschen zu sein. Sehr schade, denn eigentlich haben sie gute Herzen. Und dann gibt es jene erfreulich Wache mit Menschen, die sehr wohl merken, dass wir getäuscht werden. Aber sie treten nicht wirklich heraus. Nein, niemand will so viel riskieren wie Julian Assange. Aber ein paar Mutige, die den Anfang machen, muss es geben. Und es wäre für Assange auch nicht so ein riesiges Risiko gewesen, wenn die Journalisten ihren Job gemacht hätten. Ebenfalls wäre es für Assange nicht so ein großes Risiko gewesen, wenn wir alle unseren Job gemacht hätten. Denn jeder freie und mündige Bürger hat nicht nur Rechte, sondern auch Verantwortung. Ich zitiere nochmal. Jedes Mal, wenn wir Zeuge einer Ungerechtigkeit werden und nicht handeln, trainieren wir unseren Charakter darauf, sehenden Auges passiv zu bleiben. Dadurch verlieren wir möglicherweise jede Fähigkeit, uns selbst und die, die wir lieben, zu verteidigen. Zu verteidigen. Wo sind wir Bürger gewesen, als uns die Medien zeigten, dass Julian Assange aus der Botschaft geschleppt wurde? Wir haben uns einnullen lassen. Vielleicht auch mit anderen Sorgen. Aber die Sorgen werden nicht besser, wenn wir uns nicht erheben. Und es gibt uns Kraft, wenn wir es dann doch tun. Julian Assange wurde im Gefängnis gefragt, ob er es bereue, was er getan hat. Und obwohl er schon seit Jahren dieses Materium durchmacht ist und es ihm wirklich schlecht geht, sagte er nicht, ja, du siehst ja, was mir passiert ist, sondern er sagte, es hat mir sogar Spaß gemacht. Wozu sind wir auf diese Welt gekommen? Um unter dem Radarfliegen zu überleben und wenn es hochkommt, Wettkämpfe im Wettpinkeln zu gewinnen? Manche sagen, bevor wir geboren wurden, haben sich unsere Seelen dazu entschieden, gerade in dieser Zeit auf diese Welt zu kommen, weil wir etwas zu lernen und etwas zu geben haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sicherlich wird niemand einst auf dem Sterbebett denken, ach, hätte ich doch mir Netflix geschaut. Aber jeder, der zum Aktivisten gegen das Unrecht wird, kann sich später sagen, es lief zwar nicht alles glatt und oft habe ich mir auf der Straße den Allerwerdesten abgefroren, aber ich stand für meine Überzeugung ein und es hat Spaß gemacht. Ganz im Sinne von Julian Assange, dieses gute Gefühl wünsche ich unserer ganzen Nation. Seid präsent, lasst das innere Licht leuchten, tauscht die Angst gegen die Liebe ein. Das macht Spaß und das ist die gute Energie, die wir im Gegensatz zu den korrupten Mächtigen zur Verfügung haben. Die Macht der Masse mit der Kraft der Liebe. Danke, dass ihr da seid. Free Assange! google Applaus und Copyright Untertitel